Wir sind ohne Privatsphäre zusammengefercht und wollen uns nur gegenseitig an die Gurgel. Wir ratten im Käfig. Unsere Mutter ruft uns zu sich, um Zeuge dieses Moments und ein Teil der Macht zu werden, und du willst sie aufhalten? Hier gibt es nicht nur eine Möglichkeit. Wir müssen darüber nachdenken, als Familie. Das habe ich befürchtet. Die Spannungsspitzen stören die Navigationssysteme und überall teilen die Terminals aus. Ich versuche, euch eine Wünsche zu Port Authority abzusetzen. Von dort müsst ihr zu Fuß weiter. Sorry, mehr geht nicht. Es ist soweit, Bruder. Wir müssen jetzt zusammenhalten, wenn du dich mir in den Weg stellen willst. Gut. Das ist eine üble Geschichte, den Bruder zu töten, aber das ist ja nichts Neues für dich. Kannst du es wieder tun? Verreitet euch auf das Aufholmoor. Das wird keine Spazierfahrt. Nein, da möchte ich auch nicht drinnen sitzen. Hm. Gut, dass ich so Probleme nicht habe. Das muss verdammt schmerzhaft gewesen sein, Bruder. Ich ahne Schlimmes. Oh, ein Exit-Schild. Schön. Wollen wir mal folgen. Wir sind hier unten nicht alleine. Nicht? Hm. Hm. Da hat einer seine Beine abgekaut. Ah. Hm. Hm. Tch. Das nenne ich mal aus dem Bereich. Oh. Was denn los? Irgendwer zieht hier Körper weg. Hm. Ich sehe schon die ganze Zeit, die sollen jetzt mal was Neues anführen. Es ist Eintreff Truppe Whiskey. Wir sind auf der Brüssel über euch. Ist jemand da rum? Sag mal, warum gibt's denn hier nur Schnaps? Hahaha. Gin Whiskey. Nee. Wo gehst du denn lang? Noch schwierigeren Weg hast du nicht gefunden, oder? Hm? Ich fühle mich ja wie bei Uncharted. Nur mit mehr Blut. Hm. Mit den Leichenteilen. Hm. Der ist grad runtergefallen. Huch. Ich auch. Huch. Aber es sah schön aus. Hahaha. Nein. Nicht wirklich. Du bist der schlechteste sterbende Schwan, den ich hier gesehen habe. Da stelle ich eine Gegenfrage. Wie viele sterbende Schwäne hast du denn gesehen? Was würdest du jetzt gerne wissen? Selbst wenn es nur einer ist, bist du immer noch der schlechteste sterbende Schwan. Ach, hier lang. Wir sind ja alles. Huch. Was denn? Mich erschrocken. Oh, was denn? Ich geh jetzt von nix. Ähh. Kalt! Ähh. War die Tüten? Ähh! Was kommt mit Tüten? Sorry, ich hab einen Unschnauber vor uns für mich gekommen Ja, du hast es ja auch verdient Und überlebt Aber verdient Aber sowas muss man sich erst mal verdienen Gibt's da unten noch was? Ah ne, ooooh Lass es lieber bevor alle die paar, die zuschauen, noch wegschalten Keine Sorge, ob Metalfest gewirkt wird nicht schlimmer Scheiße, schweiße Zielobjekt bei der Sicherheitsabschmerung Nicht wütten Scheiße Strahl Strahl Nähere mich Jawohl, Sir Zielobjekt bei der Sicherheitsabsperrung Und kommst du raus Verstanden Hinter dir macht gleich boom Ja, ich weiß Das soll normal werden wir gehen Ich glaub, der kann das nicht normal machen Was warst du das? Du bist nicht Werst du das? Ich bin Müller Wir müssen mal nach Munition gucken Hier was? Hier könnte weiter gehen Warst du da hinten schon gucken? Ich hab nichts gefunden Aha Warte mal Worauf soll ich warten? Darauf dass ich dir sage Dass ich hier was gefunden habe Hä? Waren wir hier schonmal? Weiß ich nicht Das sieht so verwirrend gleich aus Ja ich glaub hier waren wir schonmal Wir müssen nochmal nach oben Bist du sicher? Ja Ja hier waren wir schonmal Wir müssen wieder die Stapo Verfischt Ah So ist es weiter Ja Warum flackert es hier Brot? Da wird mir noch irre Ich glaub das ist auch nur ein Zweck der spielt Wo ist er? Oh Du hast grad ein paar vor den Turm gekriegt Heu genau Ich glaub das erste Flieger was wir töten können Hm Ja bei mir Ja Schon mal Schon wieder ein Tod Hab ich was die anderen so Angst vor den Viechern haben Finde die witzig Ja Nicht jeder kann die Zeit quasi anhalten Oder einfach mal Gegner anheben Ja Da hast du anscheinend in ein Wespen-Nest gestochen Da hast du anscheinend in ein Wespen-Nest gestochen Ja 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 genau oder wenn solche machen für den Militoren er ist und wir haben Oh, ich konnte zwei Spezial-Nahrkampf-Anschöfe machen. Da passt es nicht mit in der Kamera. Seelenband habe ich schon eingesammelt. Jo, ist doch gut. Ich schreibe doch nicht. Hm. Die scheinen gegen Nahkampf relativ anfähig zu sein. Ja. Sieht so aus. Hm. Du hibst ihn hoch und ich kann in Ruhe... ... auf ihn gestochen. Umboxen. Hm. Die Treppe oder wie lang? Kommen wir zur Treppe darüber? Nein. Ich. Okay. 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 Ja. Wie hat man keinen Bock mehr U-Bahn zu fahren, wenn man hier durch die Waggons latscht? Können wir ruhig mal ein bisschen Licht anmachen. Oder aufholen. Für mich ist das nicht ganz so wichtig. Für mich ist das alles okay. Jetzt könnten wir die Treppe hoch gehen. Ist da hinten noch was? Ich guck mal. Ja. Was raus. Na bitte. Boom. Blitz-Heini. Scharfschütze ist auch da Ich werde mal weiter hoch Du bist tot, oder? Alleine Jetzt bin ich dort Du, mach uns auch Ich bin tot, hinter dir Äh, ich bin tot Der hat eine Blend-Vanade gebrochen Das war schlimm Der hat mich in der Zeitbuch so gekillt Die Sau Geh den Deckung 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 Oh Das sind zu viele Und ich habe zu wenig Munizont Runter mit euch Scheiße, Scheiße Ich wurde getroffen